Hallo meine lieben Digireta, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen K-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Zwischen-Event-Update vom 27. Dezember 2023. Zwischen-Event-Update bedeutet wie immer, dass vor einer Woche das Haupt-Update erschienen ist auf K-Demo mit wirklich neuen Events und Promotions und solchen Sachen. Und jetzt, eine Woche später, erscheint dort quasi ein kleineres Update mit vielleicht ein oder zwei Updates mit dabei. Zwei kleineren Sachen normalerweise und dann vielleicht ein paar kleineren neuen Events und natürlich zusätzlichen Promotions. Aber was das Ganze dann dieses Mal beinhaltet, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Angefangen mit dem neuen Seal-Only-Bag. Endlich wurde das Seal-exklusive Bag auf K-Demo hinzugefügt. Wie kann man das Ganze dort dann öffnen? Das Ganze sieht in dem Fall dann so aus, dass man hier unten bei, also unten rechts, den Back-Button hat, also den Inventory-Button. Und da ist jetzt dann ein zusätzlicher Reiter hinzugefügt worden, der exklusiv dann für dieses Seal-Exklusive Bag dann in dem Fall ist. Das Ganze ist in dem Fall so aufgebaut, dass man, wenn man das Ganze dann anklickt hier unten rechts, dann hier, die sich dieses Menü öffnet. Und da sieht man dann alle Seals, die man dann in diesem Seal-Exklusive Bag dann aufgelistet hat oder beziehungsweise angesammelt hat, dann aufgelistet. Man sieht das Ganze sogar mit den Symbolen. Das heißt, man sieht dann sogar auf den ersten Blick, ohne dass man extra über das Seal drüber hauern muss, welches Seal das dann ist und wie viele Seals man davon dann hat. Das Ganze ist in dem Fall dann unterteilt auf 25 Slots pro Seite. Also das Ganze ist dann in dem Fall in Seiten unterteilt. Eine Seite hat 25 Seals, die man dann angezeigt bekommt. Und das Ganze ist dann begrenzt auf maximal 500 Slots. Das heißt, man kann da maximal 500 verschiedene Seals angesammelt haben. Und das Ganze, soweit ich das verstanden habe, in 3000er Stacks. Also mehr als 3000 pro Seal geht in dem Fall dann nicht. Wenn man mehr als 3000 pro Seal ansammeln möchte in diesem Seal-Exklusive Bag, muss man das aus diesem Seal-Exklusive Bag dann rausnehmen und in, ja, reguläres Inventar oder ins Warehouse dann packen. Oder halt, wenn man die Seals verkaufen möchte, dann natürlich zum Verkaufen anbieten. Und das Ganze sieht in dem Fall dann auch noch so aus, dass man, wenn man, wenn die das Seal-Exklusive Bag dann rausbringen, also heute sind sie ja auf Cardimo erschienen, bekommt man 60 Slots pro Charakter. Und wenn man dann das Ganze auf die 500 maximalen Slots erweitern möchte, braucht man sogenannte Seal-Exklusive Bag Expansions. Also, ja, 60 Slots bekommt man for free, 440 Slots können dann maximal noch durch die Seal-Exklusive Bag Expansions dann erweitert werden. Und genau, und das Ganze funktioniert auch noch nach dem Prinzip, dass wenn man ein Seal schon geöffnet haben sollte im regulären Seal-System, also da, wo man auch die Stats dann dafür bekommt. Weil das ist nämlich das Ding hier, nur weil die Seals in diesen Exclusive Bag sind, heißt das nicht, dass man von denen dann die Stats bekommt. Die muss man natürlich ganz regulär weiterhin dann, wenn man diese nutzen möchte und davon die Stats bekommen möchte, dann mit Seal-Openern dann öffnen. Aber wenn man ein Seal schon aus diesem, beziehungsweise allgemein, Ziel, wenn man jetzt hier als Beispiel Gilmon, Goblimon und Devimon nimmt, da die hier golden angezeigt werden, bedeutet das, dass man diese schon bereits im Seal-System geöffnet hat und auf 3000 geöffnet hat. Also man bekommt hier dann angezeigt, wenn man ein Seal schon maximiert hat, welche Seals man hier dann in diesem Bag hat, die schon maximiert sind. Und man kann die Seals natürlich zusätzlich ansammeln, obwohl man diese selber schon maximiert haben sollte. Kann man ja verkaufen oder traden oder was auch immer dann damit machen. Aber das wird einem hier dann wie gesagt angezeigt. Und die Seals, die man hier zum Beispiel auch bis 3000 angesammelt haben sollte, die man aber noch nicht geöffnet hat, also noch oder beziehungsweise zumindest noch nicht maximiert haben sollte im Seal-System, also gemastert haben sollte, sodass sie dann im Seal-System als golden angezeigt werden, werden hier ebenfalls als blau angezeigt. Wie man hier dann dementsprechend sehen kann. Also der Unterschied hier in dem Fall ist, goldene Seals hat man schon auf 3000 geöffnet. Andere Seals hat man entweder noch gar nicht geöffnet, die blau angezeigt werden, oder man hat sie nur noch nicht auf 3000 geöffnet im Seal-System mit Seal-Openern. Und diese Seals, die man in diesem Seal-Exclusive-Bag hat, kann man natürlich ganz gewohnt dann auch rausnehmen. Also die kann man dann natürlich ins reguläre Inventar verschieben, um die entweder ins Warehouse zu packen, oder eben um die Seals dann zu verkaufen. Aber so wie ich das verstanden habe, landen Seals dann, wenn man sie aufsammelt, automatisch, sofern man im Seal-System Platz haben sollte, dann in diesem Seal-Exclusive-Bag dann. Wenn man natürlich da keinen freien Seal-Platz haben sollte, wo man ein Seal droppen sollte, welches man noch nicht in diesem System hat, dann landet das natürlich ganz normal im Inventar. Und wenn man von dem Seal schon 3000 hat, landet das, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auch ebenfalls im Inventar dann. Aber das macht ja auf jeden Fall das ganze Seals-Ansammeln und-Verstauen in Zukunft deutlich leichter. Und vor allem auch, wie gesagt, der Übersicht halber sieht man hier dann auch auf den ersten Blick, welches Seal das dann ist, was das Ganze auch dann nochmal deutlich angenehmer dann macht. Einzige Krux natürlich an der Sache ist, dass man das Ganze, wenn man alle 500 Slots haben möchte, um das maximal ausnutzen zu können, muss man das Ganze mit Seal-Exclusive-Bag-Expansions dann öffnen. Diese können im Cash-Shop erworben werden. Da gibt es jetzt im Moment noch nicht die Möglichkeit, diese durch das Spiel selber zu bekommen. Die muss man entweder von anderen Spielern kaufen oder selber aus dem Cash-Shop dann holen. Aber wie gesagt, man bekommt zu Beginn 60 Slots, die man for free nutzen kann und alles andere. Darüber hinaus ist dann an diese Seal-Exclusive-Bag-Expansions dann gebunden. So, das auf jeden Fall zu dem Seal-Only-Bag. Jetzt schauen wir uns noch die restlichen Sachen an. Und da ist jetzt allerdings nicht mehr viel mit dabei. Da ist das Charismath-Thank-You-Gift-Event. Das haben wir allerdings schon am 25. Dezember bekommen. Also, wenn man sich bei uns am 25. Dezember eingeloggt hat, hat man das Package hier schon bekommen. Also, das Christmas-Thank-You-Gift. Die haben das jetzt nur dann, weil das bei denen jetzt noch nicht im regulären Event mit dabei war, haben die das jetzt dann nachgereicht bekommen. Und zwar bekommen die dann, wenn man sich von heute auf morgen dann zwischen den Resets dann einloggt, dann dieses Christmas-Thank-You-Gift. Und dieses beinhaltet drei Mega-Reinforced-Digi-Clone-Sets, sechs Mega-Digi-Clone-Setboxen, 200 Rechargeable Energies und ein Packaged Santa-Kostüm für sieben Tage. Wie gesagt, dieses haben wir schon bekommen. Also, das wird wahrscheinlich dann zu uns nicht nochmal kommen. Das andere haben wir allerdings im aktuellen Event dann auch ebenfalls bekommen. Und zwar, wenn man sich da an einem bestimmten Tag dann einloggt. Das könnt ihr aber dann in dem anderen Event-Video dann nachschauen, das ich auch ebenfalls noch zu unserem heute erschienenen Nahdemo-Event mache. Und auf K-Demo ist es so, dass man das am 31. Dezember von 0 Uhr bis 23.59 Uhr, 59 Uhr dann bekommt, wenn man sich einloggt, das Last Gift of 2023. Und dieses gibt einem dann, wenn man sich das dann abholen sollte, aus dem Mail-System dann drei Mega-Digi-Clone-Sets, drei Reinforced-Digi-Clone-Sets, 100 Rechargeable Energies und 10 Santa's Thank-You-Coins, die man dann für das Santa's Thank-You-Coin-Event dann verwenden kann. Bei uns ist das mit einem anderen Item dann verbunden. Game-Modification und Supplement Works sind in dem Fall nicht viele dabei. Work-to-Strengthen-Game-Security ist da jetzt hinzugefügt worden. Und bei Belfemond Sleep-Mode wurden Skill-Effekte hinzugefügt. Diese waren anscheinend nicht vorhanden, was bei Belfemond Sleep-Mode anscheinend zu Problemen geführt hat, wo man dann anscheinend Gegner one-shotten konnte. Und das wurde dann jetzt hier gefixt. Das heißt, das wird dann auch wahrscheinlich demnächst dann bei uns gefixt werden. So, dann haben wir noch die Promotions. Da ist jetzt auch nicht viel mit dabei. 50% Sale auf alle Items, außer natürlich ausgenommene Sachen wie Eventsachen. Zuletzt erschienene Items, in dem Fall beinhaltet Photon, Spread und Darkhorn. Und natürlich auch regulär Masters Membership und alle Data Summon Tickets sind ausgenommen von diesem 50% Sale. Aber ansonsten gilt der 50% Sale für alle Items. Also alle Items, die man permanent regulär im Shop bekommen kann, außer natürlich, wie gesagt, die genannten Sachen. So, und dann haben wir natürlich noch die Seal-Only-Bag-Items, die hinzugefügt wurden, um die Seal-Bag-Slots zu erweitern. Das ist das, was permanent verfügbar sein wird. Also das hier, und zwar Seal-Only-Bag-Expansion plus 1. Diese kosten eine Crown pro Stück. Das heißt, da braucht man dann 440 Crown. Oder, wenn man die von anderen Spielern kauft, das Äquivalent in Terra dann, um das dann vollständig erweitern zu können. Oder man holt sich die Limited-Editions von zwei Seal-Expansion-Packages. Diese sind in dem Fall für eine Woche verfügbar. Bis nächste Woche dann auf Cardimo. Und das eine ist das Seal-Bag-Expansion-Package. Dieses kostet 49 Crown. Und beinhaltet 80 Seal-Exclusive-Bag-Expansions. Diese sind allerdings charaktergebunden, wie man hier sehen kann, und können dementsprechend nicht getradet werden. Aber dafür bekommt man, wie gesagt, mehr für die selbe Anzahl an Crown. Aber dafür sind die halt nicht tradbar. Und dasselbe dann auch noch mit dem Seal-Bag-Expansion-Package in der Lite-Variante. Dieses kostet 28 Crown, beinhaltet 40 Seal-Exclusive-Bag-Expansions. Und wie gesagt, können auch ebenfalls nicht getradet werden. Aber ja, in dem Fall, die günstigste Methode, um das Ganze dann vollständig zu upgraden, ist dann das hier. für 49 Crown 80 Stück. Weil das hier würde ja zwei Stück 56 Crown dann kosten für dieselbe Anzahl. Und natürlich, das hier ist in dem Fall die in dem Sinne teuerste Variante, um das Ganze zu upgraden. Aber dafür ist das halt für immer verfügbar. Ich denke mal, diese Seal-Bag-Expansion-Packages werden dann auch von Zeit zu Zeit dann genauso wie die Slot-Expansion-Packages dann immer mal wieder alle paar Events dann erscheinen. Aber das ist noch eine Sache, die noch es abzuwarten gilt. Aber auf jeden Fall, so sieht das Ganze dann jetzt dann aus. Das war das komplette Zwischen-Event-Update, was auf Cardimo erschienen ist. Also ich freue mich auf den Seal-Only-Bag. Definitiv, sobald er dann zu uns kommt. Das wird auf jeden Fall eine ganz schöne Sache dann werden. und ja, ansonsten ist nicht viel ansonsten mit dabei. Aber ja, schreibt mir wie mehr gerne eure Meinung zu den Sachen, die hier erschienen sind, dann rein. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Aber nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.